Weil wenn ich sehe, wenn Kasin im Nahkampf angreift, dann zieht es ein oder zwei Punkte ab und das war's. Aber ich verstehe das alles nicht so ganz. Oh, Level 16. Mensch. Nicht übel. Ähm, und dann? Heal, Level 2. So. So, jetzt ist sie auch ausgepowert. Das wird Janet wohl auch nicht wirklich helfen, aber naja. Das ist halt gar nichts. Jetzt könnten wir ja nochmal... ...völlig probieren. Das will ich eigentlich nicht. Genau, Jahre kann der noch Blatt machen. So, Janet geht's aber. So. Boom. Gut, dann haben wir das doch auch hinter uns gebracht. Auch nicht schlecht. Do not touch my rock. Cool. Das ist ein Pass. Mhm, okay. Okay. Follow the sink. Ähm, hier ist ja jetzt wohl keiner. Na genau. Ich würde sagen, wir schauen uns vielleicht erst mal hier unten. Okay, hier geht's raus. Oder zum Schloss, oder keine Ahnung. Na, na. Okay. Ich hoffe ja, dass es hier irgendwo gleich jemand zum Wiederbeleben gibt. Also einen Shop gibt es hier, aber keine Kirche, wie es aussieht, oder? Doch, hier. Okay, cool. Ja, dann gehen wir schon mal runter. Oh, la, 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 la. Dunkel, dunkel, dunkel. Mensch, alles leer? Was gibt's denn nicht? Alle leer? Ja, nicht. Achso. Hat er sich ins Hüftchen gemacht? Die sind alle... Ah! Running Pimento. Cool. Genau das wollte ich doch gerne haben. Das habe ich doch schon gesucht, quasi. Ja, wo denn? Haha. Das könnte ich also... guys... Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Joa, ist doch cool. Oh, Angel Reads. Da haben wir schon wieder ein neues Party-Mitglied. Das ist cool. Schön. Na. Wollte ich nicht. Ich denke mal, hier ist sonst alles leer. Das ist auch cool. Ach ja, ist immer noch weiß. Auch nicht schlecht. Cool. Ah, hallo. Okay. Da konnten wir damit jetzt noch irgendwas machen. Ich glaube nicht, ne? Was? Das finde ich so einfach cool. Naja, okay. Das finde ich schön gemacht. Echt cool. Lustige Idee. Okay. So. Hier war jetzt auch nichts mehr. Jetzt geht das hier wieder los. Nein, Gott. Okay, jetzt haben wir den auch noch an der Backe. Ja, indeed. So. Dann raisen wir hier ein bisschen ab. Voll am Upraisen, Alter. Ja, die beiden sind wichtig. Die müssen wiederbelebt werden. Auf jeden Fall. Ja, und Luke auch. Ich weiß aber gar nicht, ob ich diesen Gian überhaupt nehmen soll. Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß nicht, mit Ja sind wir eigentlich ganz gut bedient. Und das ist ja nur ein Gladiator, ne? Der Typ. Tja. Weiß ich nicht. Oh. Cool. Hm. Kasi. Kasi. Im Sonsten. Ja, sonst noch Taya. Aber das ist ja echt wurscht. Cool. Ähm. Ja, dann kriegt das erst mal hier. The. Road. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ähm. Oh, was ist denn hier? Iron Knuckles. Okay, ich würde sagen, wir verkaufen jetzt erst mal was. Ähm. Und zwar. Jetzt mal hier die. Glass Knuckles. Und zwar. Ja. Ja. Oder.